Willkommen zu den heutigen Vivi News. Wir sehen die ersten Predator Collectibles in der Vivi App. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall das nächste Artwork auf der Vivi App an. Unter anderem bestellt Vivi neue Jobs ein und wir schauen uns auf jeden Fall noch ein paar Daten an. Das sind sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen und Brot, ich bin es dein Captain, dein Vivi Oji mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Wir sind heute auf jeden Fall mit einer kleineren Sparte an Themen mit dabei, aber ich würde sagen, deswegen starten wir auch direkt rein ins Video. Und als erstes würde ich sagen, starten wir mit dieser Stelle mit dem nächsten Job rein und der wird nämlich schon morgen, also am Sonntag stattfinden, um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Und hier sehen wir nämlich die erste Predator Movie Poster Serie. Jetzt würde ein oder andere sagen, okay, schade, dass es nur Poster sind, aber immerhin beginnt das Ganze hier mit Poster. Das ist dann schon mal, ich gehe auch sehr stark davon aus, dass wir hier dann dementsprechend auch in Zukunft Collectibles von Predator sehen werden. Das ist eigentlich unvermeidlich. Als erstes sehen wir hier dann dieses Poster, das Ganze wird eine Altraire sein. Der Listenpreis pro Blindbox hier an dieser Stelle wird 30 Gems sein. Unter anderem haben wir hier eine Edition von 987 Stück und natürlich eine First Edition wie auch Altraire. Als nächstes haben wir dann hier an dieser Stelle das Predator Bild Nummer 2, auch eine Altraire. Das Ganze wird hier auch wieder eine Edition von 987 Stück haben und der Listenpreis bleibt natürlich an dieser Stelle hier auch unverändert. Ansonsten haben wir als nächstes hier ein weiteres Bild und zwar eine Secret Rare. Das Ganze wird eine Edition von 687 Stück haben, also deutlich weniger schon mal. Dann haben wir noch eine weitere Secret Rare. Das Ganze wird auch nochmal eine Edition von 687 Stück haben. Und als letztes haben wir dann hier noch eine weitere Secret Rare und diese wird auch nochmal eine Editionzahl von 687 Stück haben. Also wir haben es hier insgesamt mit unter 4000 Editions zu tun. Ich bin sehr gespannt, ob das Ganze hier ausverkauft gehen wird oder nicht. Ich persönlich werde diesen Job jedenfalls nicht mitnehmen, da für mich das Ganze ehrlich gesagt persönlich total uninteressant ist. Und ich glaube auch nicht, dass tatsächlich wie hier krasse Preise sehen werden im Markt, von dem her für mich persönlich eins gibt. Ansonsten auf jeden Fall das nächste Artwork für die nächste Woche. Für die Leute, die auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben. Hier das nächste Artwork von Scotty Young. Das Ganze beginnt am Montag und geht bis Freitag und ihr könnt auf jeden Fall daran teilnehmen, wenn ihr daran Interesse habt. Ansonsten kommen wir zu einer Sache, die ich gestern auf LinkedIn gefunden habe. Und zwar nämlich ein Stellenangebot von Vivi bzw. Joblisting, wo hier unter anderem Engineering, das heißt im Prinzip Programmierer gesucht werden, für das Thema Marketing welche gesucht werden und natürlich auch für Produktion, das heißt 3D-Animator und so weiter und so fort. Das ist erstmal muss ich sagen, an dieser Stelle ein sehr, sehr positives Zeichen, weil es zeigt, okay, trotz dessen, dass viele Unternehmen momentan auch ihre Leute entlassen, wird hierbei wie weiterhin eingestellt. Und man sieht, dass in dieser Stelle es neun Jobangebote, das ist nicht allzu wenig. Und ich denke auf jeden Fall auch, dass hier an dieser Stelle das Ganze auch hinbekommen werden, neue Leute einstellen werden. Also es ist auf jeden Fall ein sehr positiver Prozess, den hier Vivi gerade durchmacht. Denn ja, wie gesagt, viele Unternehmen müssen einfach momentan ihre Stellen streichen. Vivi braucht hier neue Leute, meiner Meinung nach ein sehr positives Zeichen. Als nächstes kommen wir zum Vivi X-Tracker und dort kann man ja immer wunderbar sehen, wie viel die Whales denn eigentlich momentan so kaufen. Und da gibt es einen sehr interessanten Whale und zwar nämlich die Nummer 1 jetzt, den, ja, neuen Super Whale kann man schon fast so sagen, mit knapp jetzt über 24.000 Collectibles. Und wenn man sich das Ganze hier anschaut, ihr seht das hier, das sind nur die letzten 7 Tage. Er hat in den letzten 7 Tagen allein eine Netto-Akkumulation von über 2400 Collectibles gehabt, was wirklich krass ist. Wir haben uns ein Wallet auch schon mal im Stream angeschaut letztens und das Ganze ist wirklich krass. Er sammelt jetzt nicht nur irgendwelche 2-Dollar-Comics, sondern auch mal hier und da ein paar Secret-Jack-Comics, die dann auch schon mal ein bisschen mehr kosten. Es ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, wer dieser anonyme Whale hier ist. Aber ich denke mal, wir werden es auf jeden Fall irgendwann rausfinden. Aber es scheint auf jeden Fall eine Person zu sein, die schon auf jeden Fall über eine Menge Geld verfügt. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall meiner Meinung nach hier auch eine sehr interessante Entwicklung. Ansonsten sieht man hier insgesamt bei den Whales auch eine weiterhin positive Akkumulation, was weiter meiner Meinung nach ein sehr positives Zeichen ist. Ansonsten kommen wir als letztes noch zu einer kleinen Sache, die ich persönlich sehr, sehr cool finde. Und zwar nämlich einer neuen App. Man muss aber an dieser Stelle ganz klar sagen, das Ganze ist eine inoffizielle App. Und die ist nicht wirklich von Vibi. Und zwar heißt sie nämlich Vibi Analytics. Dort könnt ihr sehr, sehr viele Sachen tracken. Ich kann euch aber hier ganz kurz ein paar Ausschnitte zeigen. Dann könnt ihr euch zum Beispiel anzeigen lassen, wer hat zum Beispiel hier die größte Prozentanzahl von den Rissos. Dann seht ihr hier zum Beispiel Dr. Profit mit 151 Stück. Ist er hier mehr oder weniger mit 8% oder knapp 9% schon fast. Wirklich größte Anteilseigner an dem Collectible. Man kann sich auch unterschiedlichste Sachen anzeigen lassen. Sei es die Market Cap Editions und so weiter und so fort. Ich persönlich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Man sollte aber natürlich auch ganz klar vorsichtig sein. Das Ganze ist keine offizielle App. Das heißt, meldet euch definitiv nicht mit irgendwelchen Daten an, die ihr bei Vibi verwendet. Sondern wenn überhaupt mit irgendwelchen anderen Daten, die ihr euch komplett frei dann ausdenkt. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle immer vorsichtig zu sein, wenn es sich um keine offiziellen Apps handelt. Genauso wie es ja auch eine Windows App gibt von Vibi, die tatsächlich ja auch fake ist bzw. nicht offiziell ist. Und da muss man einfach tendenziell überall vorsichtig sein, weil überall gibt es einfach Leute, die eure Daten wollen. Von daher vorsichtig sein und auf jeden Fall lieber Vorsicht als Nachsicht. Ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit den Infos fürs Wochenende. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.